Mensch-Programm heißt eigentlich vor allem Menschen begleiten Menschen und das ist etwas unglaublich Wertvolles, dass wirklich da Leute sind aus regionalen Unternehmen, die sich Zeit nehmen, die sich Ruhe nehmen, die einfach da sind, die gute Fragen stellen, die aber wie gesagt auch wiederum einfach als Partner da sind, auch als Freunde da sind und einfach schulisch-berufliche Perspektive eröffnen können. Mein Name ist Marco Ducho, ich bin Verkaufs- und Centerleiter bei Mercedes-Benz. Es freut mich ungemein heute Abend Lehrer, Schüler, vor allen Dingen aber Mentees von Jumpers und Mensch zu begrüßen hier bei uns im PKW-Center und wir haben uns ganz bewusst überlegt, dass wir etwas zurückgeben wollen. Also es ist nicht nur der Lehrer, nicht nur der Lehrer, auch nicht nur der Schüler, sondern dass hier auch Menschen zur Seite gestellt werden, dass sogenannte Gemeinschaften entstehen, Gemeinschaften zusammenkommen, von denen beide profitieren und sich gegenseitig weiterbringen. Ich bin Niklas Werner, ich bin der Mentor von Fabian hier beim Jumpers im Mensch-Programm. Genau, wir haben schon einiges zusammen gemacht. Er war auf einem Konzert mit bei meiner Band, zusammen im Musikinstitut, ein bisschen gejammt und unter anderem auch einen Song, den Fabian geschrieben hat, dann hier zuhause im Studio zusammen aufgenommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und auch dieses Nachdenken und dieses Überspielen von den ganzen Tönen. Auch das in der Uni war sehr interessant, mal zu sehen, wie du studierst und mit wem und genau wo und wie das alles so abläuft. Mein Name ist Martina Boje-Griesel, ich bin an der IGS Kaufung Stufenleiterin für die Jahrgänge 7 und 8 und das Projekt Mensch von Herrn Wiebeserl ist bei uns in der Schule sehr gut angekommen. Wir arbeiten jetzt im dritten Jahr damit und haben immer wieder Schülerinnen und Schüler, die wir sozusagen in unseren Jahrgangsteams aussuchen. Und die persönliche Erfahrung, die ich mache, ist, dass man eigentlich nicht nur als Menti was mitnehmen kann oder eine Menti schulen kann, sondern man kann gegenseitig sich was geben und nehmen. Und das ist eben das Besondere an diesem ganzen Projekt von Jumpers, da persönlich eben zusammen in Form dieses Tandem-Fahrerns, was man ja auch kennt, eben fürs Leben tolle Sachen mitzunehmen. Ob ich jetzt Menti bin, ob ich Mentor bin, irgendwie bin ich beides und das macht die Sache so runter. Ich bin, ob ich jetzt Menti bin, irgendwie bin ich, 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 Untertitelung des ZDF, 2020